Jetzt wollen wir darüber sprechen mit der Direktorin Petra Statter. Schön, dass Sie sich Zeit für uns genommen haben. Frau Statter, meine erste Frage, die klingt banal. Wieso sind Sie eigentlich so gerne Lehrerin bei den Regensburger Domspatzen? Für mich sind die Domspatzen wirklich eine geniale Schule und das ist so mein Leben, die Domspatzen. Ich höre die Domspatzen sehr, sehr gerne singen. Ich war selber mal Präfektin nach dem Referendariat bei den Regensburger Domspatzen, also Erzieherin, und habe ehrlich gesagt jede Schule, an der ich war, immer mit den Domspatzen verglichen. Und das ist so meine Domspatzen-Familie. Irgendwie, das ist so einmal Domspatz, immer Domspatz, denke ich mir. Und also ich gehe sehr, sehr gerne an diese Schule, war jetzt zwei Jahre Schulleiterin in Pielenhofen. Dort war es auch sehr, sehr schön idyllisch an der Narb gelegen. Und jetzt haben wir diese neue Schule aufgebaut und geplant. Ich durfte das Konzept entwerfen innerhalb von zwei Jahren. Und das ist jetzt so meine Schule geworden. Und die Domspatzen sind was ganz Besonderes. Eine große Institution in Regensburg.